UNTERTITELUNG Amerikaner? Ja, New York. Sind Sie ein Cop? Ja. Jetzt wird's laut. Wieso denken Sie, dass ich ein Cop bin? Sie sehen nicht aus wie ein Anwalt. Jack! Dad? Lass also treib's dir, Jack. Der 007 aus Plainfield, New Jersey. Entspann dich, hier ist es sicher. Hau runter! Am Arsch ist sicher. Dieser Typ ist echt gefährlich. Terrorismus. Waffenfähiges Uran. Bombenmannschläge. Jemand muss ihn stoppen. So ist's brav. Klapp, klapp! Wow. Was ist das, ne Piratenpistole? Oldschool, Mann. So wie du. Ja. Ich nehme an, Sie haben das schon mal gemacht. Fordern Sie ihn nicht heraus. Mein Junge hier. Der zeigt dir mal, was lang geht. Echt, ja? Ja, echt. Sehen Sie verrückt? Ein bisschen. Wie kommt's eigentlich, dass du immer in der Scheiße steckst? Tja, die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Wie ist das denn? Je ne, es ist nicht so. Wie ist das denn?